Fußball für alle! Der SC Hessen Dreieich und die Aircraft at Burghof holen die EM 2016 nach Dreieich. Kommt zum großen Public Viewing in Dreieich. Getränke und Essensstände sorgen für die richtige Fußballatmosphäre. Präsentiert werden das Eröffnungsspiel, alle Deutschlandspiele sowie alle K.O.-Spiele. Weitere Infos zu den Übertragungsterminen findest du unter hessen-dreieich.de oder auf Facebook.